Das Restaurant Rodos verzaubert sie seit einem Jahr mit original griechischen Gerichten und griechischen Flair. Zeit für Patron Chris Manafas, Bilanz zu ziehen. Sehr erfolgreich, sehr intensiv, sehr stressig, aber wir haben viele Freunde gefunden, sehr, sehr viele Gäste gewonnen. Und ja, es ist wie im Flugvergang das letzte Jahr. Es war super und wir hoffen natürlich, dass wir ganz, ganz viele Jahre noch hier verbringen werden. Beim ersten Geburtstagsfest des Restaurant Rodos spürte man das griechische Lebensgefühl. Für mich heißt das Urlaub, das heißt Freiheit, das heißt Genießen, das heißt bei gutem Essen zu sitzen mit angenehmen Leuten, mit denen man sich gerne unterhält und die Zeit natürlich bis in die Früh hinaus zu feiern. Musik, gutes griechisches Essen, gutes Olivenöl, alles, also ja, das ist für mich Griechenland. Urlaub mit der Familie und vor allem auch das Leben am Strand, den Sonnenuntergang, die Musik, jedenfalls am Abend natürlich die Restaurants, die sich am Ufer befinden. Es ist heute für mich wie Urlaub, griechische Musik, griechisches Essen. Ich fühle mich sehr wohl und gratuliere dem Restaurant Rodos zum einjährigen Geburtstag und wünsche Ihnen noch viele, viele erfolgreiche Jahre in Vöcklerbrock. Im Restaurant Rodos sorgen Mutter und Vater Mana fast persönlich dafür, dass es den Gästen mundet. Wir haben 120 verschiedene Gerichte von bis. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für den Fleischliebhaber, für den Fischliebhaber, griechische traditionelle Gerichte wie Moussaka, Kleftiko, Lammhaxe in verschiedenen Variationen, ist alles dabei. Kein Wunder, dass jeder Gast im Rodos sein Lieblingsgericht hat. Ich habe heute gegessen Gyros. Ich esse normal kein Fleisch, aber in dieser Art und Weise gegrillt schmeckt es mir einmalig. Als Vorsprach ist er Zicke und sonst sehr viel Fisch. Alles, was mit Fisch zusammenhängt, das schätze ich und liebe ich. Zehn Mitarbeiter und die Familie Mana fast kümmern sich engagiert um ihre Gäste und sind perfekte Botschafter griechischer Gastlichkeit. Das Feeling, Essen, es ist alles so schön familiärisch und es schmeckt sehr gut. Wir kommen eigentlich einmal die Woche. Es ist immer hervorragend zu essen. Sehr nette Bedienung, sehr leute Geschäftsleute. Also ein absolutes Muss in Vöcklerbruck, wenn man einmal gut essen gehen will. Wir sind sehr oft hier, weil es unser bester Freund ist und es ist super lecker und wir kommen sehr oft. 365 Tage pures Griechenland in Vöcklerbruck. Da sagt der Gastronom gerne Danke. Wir hoffen, dass uns die Gäste treu bleiben, dass unsere Freunde treu bleiben, dass wir natürlich auch in den nächsten Jahren viele weitere Freunde und Stammgäste dazu gewinnen werden. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an Vöcklerbruck für das ganz, ganz erfolgreiche erste Jahr. Und wie es in Griechenland üblich ist, wird der erste Geburtstag gebührend gefeiert und zwar mit dem griechischen Nationalgetränk Uso Naran Yamas.